hier bin ich wieder heute gibt es als necks tippen sellerie stelle ohne blätter ohne wurzeln schön sauber gemacht wie schmeckt es ja es schmeckt nach sellerie also roh ohne dip sehr gesund aber ob ich das essen würde richtig glaube ich würde lieber verhungern als das zu essen keine ahnung also schmeckt ziemlich nach scheiße schmeckt also wirklich wirklich gar nichts für mich leckere sachen salzstangen schmeckt viel besser als der graben dafür habe ich auch noch geld aus vielleicht kann man da auch saft raus machen so eine saftpresse rein damit kommt schon sehr grün schön raus aber so ich habe mir da jetzt mehr von erwartet ne sticks snacks das ist kein snack ganz klar kaninchen geben oder dem hase oder seiner kuh draußen die freuen sich schmeißen ganz am besten jetzt raus im garten haben die tiere noch was von also für mich ist das nix dann lieber ein paar pommes tschüss das war's für euch